Alte Ma Hallo zusammen, heute reisen wir kulinarisch ins Apiceu ein. Wir machen Alte Ma. Das ist ein altes Rezept von Apiceuersennen, um ihre Brotreste zu verwerten. Ich finde das ein mega cooles Rezept. Jeder Apiceuers macht es auch etwas anders. Ich zeige jetzt so, wie ich es gerne habe. Wir nehmen zuerst 200g Apiceuers. Dann reiben wir mit der Röstirafel. Klassisch nimmt man Apiceuersennen. In diesem Umfeld, in dem ich mich bewegen kann, leider keiner bekommt. Darum nehme ich Apiceuersennen. Dann eine Zibela hacken. Den geben wir zum Käse. Und das Ganze von Hand schnell etwas verrühren. Dann nehmen wir 400g angebackenes Brot. Schön in Würfel geschnitten. Angebacken heisst, dass das Brot zwar noch gut ist, aber ein wenig hart. Dann legen wir eine Lage hinein. Das machen wir jetzt immer lagenweise. Dann nehmen wir eine Lage von unserem Käse und Zwiebeln. Dann ein wenig darüber verteilen. Wieder ein wenig Brot. Bis wir alles aufgebraucht haben. Immer gleich weiter. Kann natürlich auch eine Grataform sein. Muss nicht unbedingt eine Schüssel sein. Jedem wie es am besten geht. Dann nehmen wir 200ml Milch zusammen mit 50ml Rahm. Und das Ganze verteilen darüber. Schauen, dass es wirklich schön verteilt. Dass alles ein wenig benässt wird. Und dann lassen wir unseren Altmann für eine Stunde stehen. Dann erhitzen wir 60g Butter in der Pfanne. Und braten unseren Altmann. Und unter gelegentlichem Umrühren. Bis alles schön knusprig ist. So, wer möchte, gibt jetzt noch ein wenig Schnittlauch darüber. Und fertig ist unser Altmann. Und unser altes Brot ist auch gebraucht. Einen guten Zusammenhang.